An einem sonnigen Nachmittag gingen Lena und Paul im Wald spazieren. Komm, lass uns auf die Bank setzen. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Lass uns das machen. Nachdem sie fertig waren, gingen sie wieder. Nachdem sie 15 Minuten gelaufen sind, waren sie sehr erschöpft. Ich kann nicht mehr. Warum hast du den Müll fallen lassen? Komm, wir gehen. Hä, warum hast du nun den Müll weggeschmissen? Es war zu schwer. Das ist trotzdem noch kein Grund, warum du jetzt hier den Müll wegschmeißt. Doch. Na gut, lass uns gehen. Ja. Immer dieser Plastikmüll, den müsste man endlich mal abschaffen. Hallo. Ihr wart doch erst, die den Müll hier im Wald abgeschmissen haben, oder? Ja, und? Das ist total schädlich für die Umwelt. Ja, das geht uns doch nichts an. Doch, ihr geht gerne im Wald spazieren. Und wenn der Müll im Wald ist, gehen die Bäume, also sterben sie ab und da geht die gemütliche Atmosphäre weg. Ja, aber wir sind es ja nicht, die sterben. Aber ihr seid erst, die im Wald gerne spazieren gehen. Ja, manchmal. Okay. Also, ihr macht es am nächsten Mal besser nicht mehr und dann ist die Sache geklärt, oder? Okay. Nee. Okay. Tschüss. Okay. Also, Leute, passt alle mal auf. Der Müll, der muss nicht unbedingt alles abgeschafft werden, aber bitte tut mir den Gefallen und nehmt nicht immer so viel Müll mit in den Wald und schmeißt ihn, wenn überhaupt, dann in der Stadt in den Mülleimer.